Mein Name ist Lars Rottenburger, DRK Rettungsdienst Esslingen-Würtingen, Einsatzleiter. Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A8, Fahrtrichtung München. Vorgefunden haben wir einen überschlagenen Pkw, die Feuerwehr war bereits vor Ort. Die Person in dem Fahrzeug konnte sich allein retten, wir haben sie vor Ort versorgt. Mit dem Rettungsdienst war ein NEF, also Notarzt, und ein Rettungswagen vor Ort. Die Person wurde versorgt, ins Krankenhaus verbracht, in das Krankenhaus Würtingen. Es waren noch zusätzlich Einsatzkräfte vor Ort, weil wir noch nicht wussten, welche Lage das ist, es war eine unklare Lage.